Mein Name ist Thomas Ebert, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Schönborn Armaturen GmbH. Die Schönborn Armaturen GmbH beschäftigt sich mit der Herstellung von Betätigungselementen für Armaturen der kommunalen Gas-, Wasser- und Abwasserwirtschaft. Speziell ist unser Produkt die Eimerorientur, mit der der Medienfluss im Rohr in der Leitung gesteuert werden kann, geregelt werden kann. Dieses Betätigungselement wollen wir immer stärker in Richtung Informationsübertragung entwickeln, um zum Beispiel Lecks, die in Rohrleitung auftreten und zu 75 Prozent Wasserverlusten in manchen Regionen der Welt führen, zu minimieren. Diese ganzen Materialien, die wir hier brauchen, stellen wir mit einer sehr hohen Fertigungstiefe her bei uns auf Maschinen, auf Anlagen, die wir zum Teil selber entwickelt haben und hier in der Region fertigen lassen haben. Wir befinden uns hier am Prüfstand, den wir mit der BTO Cottbus Senftenberg an Professor Seidlitz entwickelt und gefertigt haben. Wir können hier am Prüfstand mit diesen Lautsprechern Schallwellen nachstellen, die ein Leck simulieren. Können diese Schallwellen über unser patentiertes Gestänge, was sich hier im Schutzrohrsystem befindet, bis hoch in die Straßenkappe weiterleiten, wo es von der Messtechnik aufgenommen wird und den Netzbetreibern zugestellt wird. Dieser kann anhand dieser Informationen größere Schäden vorbeugen und kleinere Schäden mit minimiertem Kostenaufwand reparieren. Ephraim Praxis